Hallo lieber Kader-Club-Freunde, ich habe euch hoffentlich ein bisschen heiß gemacht auf Art-Text, der Software, mit der wir wirklich tolle Schriften erstellen können. Und heute wollen wir aus Kaffeebohnen eine Schrift legen. Und das Ganze zeige ich euch, wie das funktioniert. Zunächst einmal brauchen wir unsere Arbeitsfläche, auf der wir arbeiten wollen. Das habe ich hier eingestellt im Zentimeter, und zwar 29,7 mal 21 Zentimeter in der Höhe. Das entspricht einer A4-Seite im Querformat. Dann drücke ich auf OK und da ist sie. Und das, was wir machen wollen, nämlich aus Kaffeebohnen diese Schrift erzeugen, funktioniert nur mit zweidimensionalen Schriften. Und dieses Objekt fügen wir hinzu. Und dazu lernen wir mal diese neue Schaltfläche kennen, nämlich unten das Pluszeichen. Da können wir verschiedene Sachen hinzufügen, unter anderem eben eine 2D-Textebene. Und das mache ich jetzt mal. Ihr seht hier so ein 2D-Text. Und hier ist auch die neue Ebene erschienen. Das können wir ja hier umschalten, das Menü. Und hier sind die Ebenen. Und das ist der Text. Jetzt klicken wir hier oben mal rechts in den Einstellungen auf diesen Text, markieren den. Und hier schreiben wir mal Kaffee hin. Das wollen wir da eben schön darstellen. Und hier skalieren. Packen wir einfach an den Anfassern hier das Objekt an, bis es dann da irgendwo in der Mitte wunderbar platziert steht. Und jetzt müssen wir das füllen eben mit Kaffeebohnen. Und normalerweise ist das kaum möglich. Oder sieht ein bisschen blöd aus, wenn man so eine Textur dahinter legt. In Pages habe ich euch das schon mehrmals gezeigt. Da geht das ja auch, dass wir einfach ein Bild als Füllung nehmen. Und dann sieht das aus, wenn das Bild aus Kaffeebohnen besteht, als ob die Schrift aus Kaffeebohnen gelegt worden ist. Aber es ist ja nicht wirklich so. Die Kaffeebohnen sind ja auch so ein bisschen verdreht und nicht ganz gerade wie die Schrift. Also das geht schöner und mit Art Text geht es tatsächlich. Wir klicken mal hier auf Füllung und hier seht ihr ein Menü, wo jetzt derzeit dieser Verlauf zu sehen ist, den wir auch in der Schrift wieder gespiegelt sehen. Aber ich habe hier verschiedene Optionen, auf verschiedene Füllarten umzustellen. Und die letzte hier ist so eine Sprühflasche, die Sprayfüllung. Und genau die wollen wir benutzen. Und ihr seht schon ein ziemlich umfangreiches Menü, was hier kommt. Das wird noch umfangreicher. Auch hier ist die Software schön gestaltet. Je mehr man eintaucht in die Sache, je komplexer wird alles und je mehr Menüs kommen. Aber am Anfang sind es eben nicht so viele Menüs und dann erschlägt es einen auch nicht mit dem gesamten Funktionsumfang. Wir klicken mal hier auf die Voreinstellungen und dann seht ihr schon, gibt es hier verschiedene Materialien. Äpfel zum Beispiel, Schrauben, Karotten und eben die Kaffeebohnen. Und auf die klicke ich mal und da seht ihr diese Kaffeebohnen. Die Schrift, die wir vorher hatten, ist jetzt aus Kaffeebohnen gelegt worden. Und das Tolle ist, eben anders als dass sie nur mit so einer Textur gefüllt ist, sind hier wirklich die Kaffeebohnen auch schön ausgefranst am Rand zu sehen. Das sieht wunderbar aus. Und wie das Ganze gemacht worden ist, seht ihr hier. Hier sind nämlich die einzelnen Kaffeebohnen alle als Bilder dargestellt. Und aus all diesen Bildern, die hier quasi zu sehen sind, würfelt das Programm per Zufall eben welche aus und stellt die dar. Das Ganze wird dann hier eben entlang dieser Schrift als Füllung verwendet. Und ich kann hier in den Einstellungen die Dichte verändern, kann also wesentlich mehr Kaffeebohnen draufsetzen oder auch weniger, wenn ich da also nicht so viele haben möchte. Das sieht also auch ganz toll aus. Ich kann die Größe der Kaffeebohnen bestimmen. Wenn man sie sehr groß macht, kann man die Schrift nicht mehr lesen. Aber wenn man die kleiner macht, dann sieht das ganz toll aus. Dann kann man die Schrift nämlich sehr gut sehen. Wir können auch den Winkel verändern. Also seht mal, wie die Kaffeebohnen sich hier so drehen. Da können wir die also genau so anpassen, dass die von der Richtung her uns gefallen. Und wir können auch hier die Position anklicken, wo sie angeordnet werden soll. Das hilft manchmal ein bisschen, den Zufallsgenerator in Schwung zu bringen. Schaut mal, jetzt sind sie alle so ziemlich gerade angelegt. Und wenn ich jetzt die Position hier verändere, dann werden sie willkürlicher da angeordnet. Und auch hier kann ich die Größe verändern. Also wie groß diese Bohnen da drauf gesetzt werden. Und auch den Winkel hier nochmal verändern von den einzelnen Bohnen, die da drauf gesetzt sind. Sieht auch super toll aus. Und wir können das Licht noch abschalten. Dann sehen sie leider nicht mehr ganz so toll aus. Wenn wir es einschalten, hat man aber eben diesen Glanzeffekt mit drin. Und auch die Schatten können wir rausnehmen oder einschalten. Weil jede einzelne Bohne, die da reingemalt worden ist, eben einen Schatten wirft. Und dadurch so ein dreidimensionales Schriftfeld sich ergibt. Das ist doch schön geworden und recht schnell gemacht. Das ist hier mit den Kaffeebohnen echt eine tolle Sache. Und natürlich, wenn wir es skalieren, verändert sich das Ganze hier auch nochmal mit. Also wir müssen das nicht alles immer neu machen. Sondern die Objekte lassen sich weiterhin skalieren und auch verschieben. Und alle Funktionen, die wir sonst kannten, stehen zur Verfügung. Damit hat man hier schön einen recht schnellen Effekt reingesetzt. Wir können jetzt noch hingehen und noch eine Hintergrundebene dazu holen. Und ihr seht, das Programm ist so klug, dass es die Hintergrundebene tatsächlich auch als Hintergrundebene nach unten setzt. Und nicht einfach oben drüber setzt, was ja sonst beim Hinzufügen von Ebenen passiert. Sondern hier ist wirklich eine Hintergrundebene entstanden. Und auch der können wir hier verschiedene Arten als Hintergrund geben. Der Füllung zum Beispiel. Das hier zum Beispiel ist eine Möglichkeit, das Ganze zu machen. Aber wenn wir hier mal in das Menü klicken, dann seht ihr eine Riesenauswahl an weiteren tollen Hintergrundbildern. Zum Beispiel hier solche Holzstrukturen, die wir jetzt finden. Da haben wir so eine richtig schöne Holzstruktur, die wir anklicken können. Auch hier können wir die Skalierung verändern. Und dann seht ihr, das passt alles wunderbar als Textur auch nahtlos ineinander. Und es ist wirklich unglaublich, wie viele Texturen da so mitgeliefert werden zur Gestaltung dieser ganzen Geschichten. Das ist alles wirklich sehr umfangreich, was man einfach mit dem Kauf der Software schon an Grundausstattung mitbekommt. Also eine schöne Sache, mit der man unfassbar viel rumspielen kann. Ihr könnt das mal ausprobieren. Und diese Sprayfüllungen, da gibt es natürlich noch jede Menge andere. Und da gibt es eben auch noch, wenn wir hier nochmal reingucken und das Objekt nochmal anklicken, die Möglichkeit zum Beispiel das Ganze auch aus Müsli zu machen. Dann seht ihr hier die einzelnen Müsli-Teile oder es gibt hier Kiwis, Karotten. Und das sieht immer recht lustig aus. Hier gibt es zum Beispiel so Blätter, grüne Blätter zum Beispiel. Wenn ihr beispielsweise für eure Firmen oder für eure Feste was Spezielles gestalten wollt und wollt die Thematik aufgreifen, zum Beispiel für eine schöne Party in der Natur, die Schrift mit so grünen Blättern zu versehen. Oder für eine tolle Kindergeburtstagsparty, das Ganze mit Legosteinen hier zu kreieren. Dann geht das mit diesen tollen und mitgelieferten Einstellungen, die hier sind. Guckt mal, solche Kugeln gibt es hier, Tabletten zum Beispiel, Streusel sind dabei. Also eine ganze Menge, was euch da an Sachen mitgeliefert worden ist. Das soll es gewesen sein zu diesem Teil. Und wir gucken weiter, was es noch Spannendes in dieser Software zu entdecken gibt.